Auserwählte! Auserwählte an der südlichen Barrikade! Alle Mann in Deckung! Sie sind durchgebrochen! Schlagt Alarm! Was? Herr mit dem Ding, ihr glorreicher Diener des feurigen Baumes! Zwei, drei, fünf... Es sind nur fünf! Es sind nur fünf! Warum zögert ihr? Soll ich Lady Clasia sagen, dass ihr ihnen nicht gewachsen seid? Dankeschön! Auserwählter Abschau, wir haben vielleicht die Kobold-Legion besiegt, aber das Herz von Greil gibt sich nicht so leicht geschlagen. Schaut genau hin, was mit diesem Scale geschieht. Bald werdet ihr dasselbe Schicksal teilen. Meister Kaltus, die Auserwählten würden stärker als sie aussehen. Schnell, lasst die Hunde los! Hebt euch ganz geil in meine Brüder. Meister Kaltus, wo bleibt die Verstärkung? Sie stören die Blutopfer. Schickt sofort Hilfe. Schnell! Schickt sofort Beleidung! Verwählen wir wieder! Kaltus, noch werdet ihr? Kaltus! Kaltus! Verwählen wir. Du hast mich nicht gegründet, es tut mirempelt. Die Blutopfer war einmal sch moderation. Der Sch Blautberg ist er. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.